Heute wieder ein spannender Tag im U-Ausschuss, unter anderem wird auch Niko Pelikan hier erwartet und vor allem geht es darum, inwieweit er sozusagen auch den Kanzler und Thomas Trotzte informiert hat hinsichtlich des Ibiza-Videos, das angeboten wurde. Was ist denn hier die Meinung der FPÖ? Ja, ich möchte zuerst nochmal einen Rückgriff machen auf die vorige Auskunftsperson, den Herrn Dr. Erlacher. Insofern spannend, weil er einen massiven Einblick hatte in die Geschehnisse in der Kasa, auch was die Übernahme durch die Sazka-Gruppe betrifft, würde ich einfach sagen, eine feindliche Übernahme der Casinos-Austritte mittlerweile zur Casinos Tschechia mutieren, das ist das, was der Ende folgt, der wahrscheinlich aus der ganzen Sache überbleibt. Also hier sehr interessant, es war auch herauszuarbeiten, dass einmal mehr bestätigt wurde, dass es nie an den fachlichen Qualifikationen von Peter Siedlug gescheitert ist, wie es mir ideal immer kolportiert worden ist. Also auch hier gab es absolut keine Bedenken, auch das ist herausgearbeitet worden und insofern denke ich, dass wir hier ein gewisses Bild abrunden konnten, auch zum Beispiel, was die Miteinbeziehung von Stadtsekretär Fuchs damals betroffen hat, also auch er war zwar formal für das Glücksspiel zuständig, aber nie der erste Anlaufpunkt für die Casinos Austria, hat der Herr Erlacher ja auch bestätigt. Zur Auskunftsperson Bellinger, ja, die wird sehr interessant werden, hier bewegen wir uns in dem Bereich, wie kam dieses Video, dieses Ibiza-Video an die Öffentlichkeit und im Zusammenschau der Akten habe ich schon gesehen, dass es hier schon Diskrepanzen gibt zwischen der Aussage vom Herrn Trotzter und auf der anderen Seite vom Herrn Pellinker. Das heißt, wir haben uns schon genauer damit befassen müssen, welche Version der Geschichte hier jetzt stimmt und ich kann es auch nicht glauben, dass die SPÖ das sozusagen nur so als Beiläufigkeit abgetan hat, wenn ihr dieses Video angeboten wird. Sie wissen, die FPÖ war damals am Sprung zur Nummer 1 in Österreich und eine große Partei wie die SPÖ hätte das nur so als nebenbei hingeführt. Das kann ich nicht ganz glauben und deswegen bin ich schon sehr gespannt auf die kommende Auskunftsperson. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, zumal ja auch Nico Pellinker einst beinahe sozusagen bei Alexander Wrabitz gelandet ist. Die Journalisten haben das ja damals verhindert. Kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Thema und das sind die FFP2-Masken. Ich trage eine, die FPÖ und sie momentan nicht. Es gibt viel Aufregung auch, welche Masken man da tragen darf. Wie ist denn hier Ihre Meinung dazu? Naja, der Maskenwahnsinn hat ja auch vor dem Untersuchungsausschuss nicht Halt gemacht. Wir haben jetzt zuerst eine Klarstellung bekommen, dass die Masken, die von der Parlamentsdirektion verteilt werden, jetzt offenbar doch zugelassen sind, weil da hat es ja Zweifel daran gegeben. Aber generell, was den Maskenwahnsinn betrifft, möchte ich auf eines hinweisen und da sollten wir uns vielleicht wirklich einmal Gedanken drüber machen. Österreich und Deutschland sind, glaube ich, die einzigen beiden Länder, wo FFP2-Masken vorgeschrieben sind. In allen anderen Ländern sind diese anderen Masken auch möglich, die N95, glaube ich, oder wie die heißen. Und jetzt stelle ich mir schon die Frage, warum ist die Spezifizierung FFP2 in Österreich und Deutschland so wichtig? Vielleicht möchte man doch noch schauen, dass dem Herrn Söder und seiner Ehefrau noch ein bisschen ein Geschäft zufällt, weil es sind zufälligerweise auch Produzenten von FFP2-Masken. Und möglicherweise macht der Herr Bundeskanzler Kurz wieder einmal das Hund für die Kollegen aus der Bundesrepublik und schaut, dass auch für den Herrn Söder das Fortkommen gesichert ist. Was sagen Sie denn auch für die Menschen? Die sind ja zum Teil wirklich verwirrt, wissen jetzt nicht mehr, was darf man tragen, was nicht. Sie haben diese FN-Kennzahl auch angesprochen. Macht es das nicht gerade auch für die Bevölkerung ungemein schwierig, hier noch den Überblick zu behalten, was man darf oder nicht? Weil immerhin drohen ja Strafen mit bis zu 25 Euro bei Nicht-Einhaltung. Das ist absolut unzumutbar, was die Bevölkerung betrifft und es zeigt ja auch, in welchem Wahnsinn sich die Bundesregierung mittlerweile begeben hat. Ich denke, man könnte sehr, sehr viel mit Hausverstand und Abstand lösen. Ich glaube nicht, dass man das jetzt so genau spezifizieren muss, dass man dann noch zugeschnittene Masken vorschreibt, die im Spezifikum in Österreich und Deutschland sind. Also hier ist die Verwirrung tatsächlich fix und fertig gemacht worden. Man weiß auch nicht, wo brauche ich jetzt die FFP2-Masken, wo kann ich die normalen Stoffmasken verwenden. Viele Betriebe in Österreich haben sich mittlerweile auf die Produktion von normalen Stoffmasken auch verlegt und verlagert, was ja auch in Zeiten des Lockdowns für die wichtig war, die sind jetzt sozusagen überhaupt wiederum draußen aus der ganzen Sache. Also es ist ein Irrsinn von vorne bis hinten und es zeigt einfach nur die Inkompetenz dieser Bundesregierung auf. Jetzt sagen ja sozusagen Gegner des Maskentragens auch, die FPÖ ist da sozusagen ihre Partei. Die geht da aus ihrer Sicht mit gutem Beispiel voran, Kritiker wiederum meinen, warum müssen zum Beispiel die Österreicherinnen und Österreicher Masken tragen und im Parlament sozusagen ist das nicht zwingend vorgeschrieben. Schauen Sie, es sind im Parlament und der Herr Nationalratspräsident Sobotka hat höchstpersönlich dafür gesorgt, 90.000 Euro für bauliche Maßnahmen investiert worden, dass eben die Masken nicht getragen werden müssen. 90.000 Euro Steuergeld. Wenn man auf der anderen Seite jetzt noch einen Maskenball und einen Maskenzirkus abhält, nur um sozusagen auch in den TV-Medien zu polarisieren, dann ist das ein unehrliches Spiel und auf diese Diskussion möchte ich mich auch gar nicht einlassen. Jetzt gibt es ja auch durchaus kuriose Meldungen bezüglich des Maskentragens. Sie sind Bartträger, jetzt gab es da sogar die Frage, ob man sich den Bart abrasieren lassen muss, wenn man das macht. Was sagen Sie denn dazu? Vollkommen lächerlich, ich werde meinen Bart weiterhin tragen und alleine die Diskussion zu führen ist vollkommen obskur. Also kann man sagen, die Geschichte mit der Maske hat schon einen langen Bart und eine lange Geschichte. Die Geschichte mit der Maske hat einen langen Bart und ich denke sogar die Schildbürger wären nicht in der Lage gewesen, sich so eine Geschichte einfallen zu lassen. Herzlichen Glückwunsch.